So, lasst uns mal schauen, was der gute Soljiro mit uns bequatschen möchte. Beziehungsweise möchte ich eigentlich mit ihm jetzt schon quatschen, das ist die andere Frage. Es tut mir auch leid, dass der letzte Part ein bisschen länger geworden ist. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber ich werde erstmal... ...nicht mit ihm quatschen, ich möchte etwas anderes tun. Ich würde gerne ein Buch lesen, Alter. Bookshelf. Wo ist denn dieses scheiß Bookshelf? In the corner, in the corner, in the corner. Wo war dieses scheiß Buch, Alter? Hier kann ich nur Dinge reinstellen. Ich habe kein Bücherregal. Okay. Das möchte ich eigentlich nicht machen jetzt. Was ist denn? Ja, eigentlich schon. Ich würde eigentlich schon gerne was lesen, weil ich sollte das Buch fertig lesen, verdammt nochmal. Bin ich blöd? Ich habe was zu tun, aber ich kann es nicht tun. Tisch? Wo ist dieses fucking Bücherregal, Alter? Ich kann trainieren, arbeiten, mehr kann ich nicht. Sofa, Regal, Pflanze. Karton. Ich habe kein Buch... Ich habe kein Bücherregal. Verdammt. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ja, ja, ist ja gut. Wir werden auch am Morgen, am 21.04. werden wir Chemoshidas Palast... ...Ferch machen. Ich kann nicht lesen hier drin. Ich verstehe es nicht. Irgendwas habe ich vergeigt. Naja. Gut, wenn dem so sein sollte, werden wir jetzt mit ihm hier quatschen. Das wollte ich eigentlich nicht tun, aber... Moment. Binz-Telefon, interessiert mich nicht, Sitzplatz. Interessiert mich auch nicht. Mann! Ah. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Andererseits. Ich weiß nicht, ob er Mond ist. Naja, wir quatschen mal mit ihm. Jo. Jo. Gut, es gibt einige Sachen, die ich dich fragen will. Räum kurz auf, warte hier. Okay. Klöcker ding. Keine Sorge. Naja, keine Worte wie dich, andere belasten, genau. Klar, ich helfe immer gerne. Okay. Neues, ne ne neue Social Link. Sehr gut. Nicht wirklich. Er hat nichts damit zu tun. Hierophant. Nice. Bam. Ja, danke. Na klar. So, dann hätten wir das auch erstmal erledigt. Wow. Chillig. Ja, ich mach keinen Ärger, klar. Das war unsere Abmachung. Ja. Genau. Zwei extra Punkte auf die Arcana. Nice. Ciao Kakao. Gut. Das hätten wir auch schon mal erledigt. Bam. Im Fernsehen gestern lief so eine ausländische Serie. Habe sie nur zu heftig gesehen, aber bin schon total süchtig. Jetzt will ich die Serie von Anfang an sehen, ob ich mir irgendwo die erste Season ausleihen kann. Gibt's bei euch noch keine, kein Netflix oder so? Kann ich mir nicht vorstellen. Wie wäre es mit der Videotheke auf der Central Street? Wenn du Mitglied wirst, kannst du so viele DVDs ausleihen, wie du willst. Ach, das ist eine ziemlich große Kette sie. Also haben sie die Serie vermutlich. Danke. Ich schau später vorbei. Ja, genau. Ja. Central, genau. Central Street. I know. I know, man. I know. Wer tut denn hier noch DVDs? Oh, wir haben wohl dieselbe Bahnverbindung. Ha, so schlimm ist das auch nicht. Also, um es auf den Punkt zu bringen. Ich frage mich, ob wir uns nicht zu viel Zeit lassen. Nein. Warum gehen wir nicht heute in den Palast? Ich will einfach nicht, dass wir später was bereuen. Na klar, tun wir das. Ich werde es mir überlegen. Ja. Genau. Ähm. Eigentlich gibt es noch Dinge, die ich gerne erledigen wollen würde, aber... ... Räume, oder? Mh... Ja, ich muss das jetzt tun, es geht nicht anders. Ich muss in die Bibliothek, ich muss mein Buch zu Ende lesen. Nein, zuhören möchte ich nicht. Hm? Lesetisch. Kann ich nicht lesen. Lernecke will ich eigentlich nicht. Bücher, Bücher, Bücher. Ich dachte, ich könnte hier drin ein bisschen lesen. Was geht, wenn ich mit dir quatsch? Sie bemerkt mich nicht, sie muss beschäftigt sein. Okay. Dann ist das wohl nicht der richtige Ort. Ach, Mensch. Okay, dann werden wir als erstes mal zum... Zur Central Street gehen nochmal. Denn wir möchten ein neues Feature des Velvet Rooms ausprobieren, glaube ich. Ich war wartet. Okay. Ich folge euch zwar gerne. In die tiefsten Abgründe eurer Unterwäsche, wenn es sein muss. Ähm... Ja, wir sind gut in der Zeit. Hm. Jo, danke. Ich glaube, jetzt können wir Schnellreise machen. Hier kann das sein. So, jetzt möchte ich mal kurz gucken. Ähm... Nein. Ich habe hier noch was zu tun. Und zwar würde ich gerne mit... ...euch reden. Was ich will. Einen besonderen Kampf will ich. Es gibt nämlich neue Herausforderungskämpfe, wie es aussieht. Okay. Oh, Alice. Oh, Alice. Best Persona ever. What? Muss man da gegen Ding kämpfen. Gegen... What? Gegen den Charakter von 3 und 4. Nice, Alter. Okay. Cooles Feature. Wir werden mal das hier tun, würde ich sagen. Es gibt 3 Belohnungstypen mit... Okay. Punktzahl. Aha. Okay. Alles klar. Glutring, Mantel des Herzogs, Kupferklumpen. What? Bonus. Innerhalb von 20 Aktionen. Okay. Windangriffscore, Anne-Angriffscore, Schneepette. What? Okay, das muss ich mir mal angucken, hier, diesen Kampf. Äh, machen wir mal. Klar, wir kämpfen gegen Jackie Frosty. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Windangriffscore, Anne-Angriffscore mal 7. Okay, ähm... Wir müssen ihre Schwächen herausfinden, oder? Deswegen machen wir mal Sionga auf das Viech. Ah, dann werden wir mal auf Anne rüber. Bäm. Und vielleicht mal versuchen, anzugreifen, denke ich. Ich habe keine Ahnung. Oh ja, das gibt mal 7 Punkte. Das ist nice. Windangriff. Habe ich natürlich nicht. Okay, ich glaube, da muss ich mich mal... ...reinarbeiten in die Sache. Auf jeden Fall kriegen wir mit ihr... ...die 8-malige Punkte. Ah, okay. Aber ich glaube... Wow. Glaube, so einfach ist das gar nicht hier. Ja, auf Anne ist klar, Alter. Ah. Ja, da muss ich mich ein bisschen, äh... ...reinarbeiten, glaube ich. Was mache ich denn jetzt? Die Frage ist, dass der einzigste Kampf oder was... ...was wird hier gespielt, Alter? Bäm. Oh, schade. 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 Ich hätte vielleicht mit Feuer angreifen sollen. Habe ich Feuer? Nein, habe ich nicht. Ah. Ah, ich glaube, das war's für mich. Das ist, wenn ich einen Molotov einsetze. Schaden erhöht. Her damit. Ah, ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Kann ich hier raus? Ja, ja. Das machen wir später mal. Da muss ich mich, glaube ich, noch reinarbeiten hier. Obwohl das eigentlich gar nicht so... ...schwer sein sollte. Habe ich denn irgendwas, was mir vielleicht helfen könnte? Ich bräuchte etwas, was mir Agi gibt, aber das habe ich im Moment noch nicht. Okay, das werden wir später machen, glaube ich. Ähm. Am, 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 am. Darf ich gehen? Ja. What? Ich bin zurück. Ciao. Merkwürdig. So, jetzt ist auf jeden Fall Schnellreise verfügbar. Das ist schon mal nice. So, dann werden wir kurz, äh, ja, schauen. Wir liegen eigentlich ziemlich gut in der Zeit, aber... ...äh, wir werden jetzt... ...in den Palace gehen, glaube ich. Ja, denn wir möchten ihn heute... ...wir möchten ihn heute erledigen. Bäm, 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 bäm. So, wir waren in der zweiten Etage. Da gehen wir jetzt auch hin. Speichern das Ganze erstmal. Gucken mal. Und gucken mal. Was sich uns offenbaren wird hier drin. Okay, Berit ist nicht da. Das ist schön. Denn wir brauchen ihn nicht. Bäm! Bäm, 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 bäm. Okay. Okay. So, ich glaube, hier waren wir soweit... ...fertig, oder? Ach ja, stimmt. Ich musste ja den Schlüssel einsetzen. Okay. Machen wir, machen wir. Verwende die Medaille. Aber... ...drehst du dich um? Naja, dann kriegst du ein bisschen was auf die Ommel, würd ich sagen Och, nervt mich doch nicht, Mann Stirb! Ja, shit! Bäm, bäm Die Viecher nerven mich alle Nein, ich brauch dich nicht, geh weg Ja, ich will deine EXP, Junge Danke Danke Nice So, hier war was Bäm, Victor Laurel Victor Laurel Okay Alright So, was haben wir hier unten schönes? Ein Schätzchen Und einen Schutzraum, den werden wir natürlich auch gleich, äh, aussuchen Jawohl. Jawohl. So. Okay, was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Falle, verdammt. Oder auch nicht. Ach ja. What is? Ach du Scheiße, Alter. Was ist denn hier kaputt? Ja. Gehen wir. Natürlich. For Bostime. Oder so. Wait, was that the gym? I get it. The gym's some kind of holy place for him. He's a god there. I can't believe he can think like that, especially after what he did to Shiho. God, that bastard makes me so freaking sick. Just you wait, Kamoshida. I see. So you're the ones who tampered with the library. It seems my time waiting here has paid off. Just as that eight there said. This place is a holy ground for our great king, Kamoshida. It is preposterous for miscreants like yourselves to come waltzing in like this. You will pay for it. Yeah. Archangel. Kein Ding. Prepare. Schau, es ist wichtig, dass wir uns alle miteinander verteidigen. Machen wir doch gerne. Oh, shit. Ich habe vergessen, sie aufzuladen. Man, ich habe vergessen, sie aufzuladen. Oh, ich habe nur noch eine. Das ist lästig. So, gucken wir doch mal. Die ja erstmal. So, da werden wir mal... Ich weiß nicht, ob physischer Angriff bei dem eigentlich so gut ist. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich sehe keine Schwierigkeit. Ähm... Ähm... Ich weiß nicht, wie ich es so gut ist. Ich weiß nicht, wie ich es so gut ist. Ich glaube, der Typ ist anfällig gegen... Äh... Also physische Angriffe dürften eigentlich nichts ausrichten. Wie sieht es aus mit Waffen? Äh... Wenn wir jetzt ein bisschen Schaden raushauen. Einschlafen können wir ihn wahrscheinlich auch nicht. Bäm, 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 bäm. So, wenn wir mal angreifen. Na ja, macht immerhin ein bisschen Schaden. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir haben... Schwerer Fluchschaden, ja. Das brauchen wir. Der ist anfällig dagegen. Beziehungsweise es macht ordentlich Damage. Sagen wir es mal so. Ähm... Ich glaube aber auch, dass er gegen Sio anfällig ist, tatsächlich. Weiß hat das... Ne, resistent. Ha? Äh... Abwehr. Das ist kein Ding. Du wirst nämlich nicht mehr überleben bis zur nächsten Runde. Ha, 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 ha. Es kann sein, dass er, wenn er als random Gegner kommt, anfällig dagegen ist. Ja. Ja, denk dran. Genau. Kampftutorials. Nice. Wow! Ah ja. Nice. Das ist ein nettes kleines Feature, muss ich sagen. Ja, entragen. I couldn't lose. Weiter geht's. Moment, war da was? Nope. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Gucken wir mal, wo's, äh... Ne, möchte ich da schon... Ich weiß es nicht. Ich glaube, da runter zu gehen ist keine gute Idee, oder? Obwohl. Ist eigentlich egal. Boah, ist eigentlich wurscht. Oh shit. Ähm... Komm her, bitch. Ich klatsche jetzt alle aus dem Leben. Wertvolle EXP braucht die Welt. Ach ja, tolle Gegner. Tolle Gegner. Ich glaube, die können wir alle mal so wegklatschen mit anderen. Damn. Kein Ding, alter. Kein Ding. Oh, hi, Anne. Hi. Hi. Hi, Anne. Nice. Meine bisschen Free EXP ist gar kein Ding hier. Upsala. Das wäre eigentlich egal, ob mich jemand sieht, wenn ich ehrlich bin. Pixies. Ach, was schön. Einmal, zwei, ach so. Die überleben immer noch einen Angriff von mir. Fuck's nicht. Nice. Okay. Okay. So. Du, 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 du. Hier ist dein Schätzchen. Jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. Aber du Fisch. Bam. Ach, was schön. Standardgegner. Schau. Nichts, hallo. Kein Ding hier. Merkt ihr jetzt, was ich meine, wenn Leute, äh... Let's Player oder Walkthrough... ...die Kämpfe rausschneiden? In Persona. Merkt ihr, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht? Die Kämpfe sind so schnell hintereingebracht. Wenn sie gut laufen, natürlich. Deswegen macht das eigentlich gar keinen Sinn. Yeah, nice, nice. Das waren jetzt keine zwei Sekunden, glaube ich. Wir kriegen eigentlich ganz ordentlich EXP, ja? Ich werde sowieso noch eine Level-Session machen, bevor wir hier diesen Palast beenden. Ganz klar. Bam. Ach, Inkubus schon wieder. Und zwei Pixen. Pixen? Ich meine Pixies. Ist doch kein Schaden, was du hier machst, Mädchen. Kein Ding. Bam, 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 bam. Ein Pflanzenbalsam, ich weiß gar nicht, was das kann. So, da ist ne Schatzkissel, da ist ein Schätzchen dahinten. Ich möchte. Ah, ich will. Ah. Seelentropfen. Nice. Ist doch, glaube ich, Komplettheilung oder so'n Scheiß. So, jetzt gehen wir mal da nach oben. Zack. Didi, 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 didi. Ziehen wir Schluss, okay. Hier ist auch noch was. Hier ist Niges. Hier waren wir schon, glaube ich, oder? Ah ja, das ist dieser Weg. Okay. Okay. Was? Was ist das? Das ist neu. Was haben wir hier drin? Gatenoss. Bam. Ah, ich liebe dieses Spiel einfach. Okay, die hauen wir auch mal wieder. Rushen wir mal aus dem Leben. Och ja. No problemo at all. Oh, Ann-Level up. Sehr gut. Alright. So, haben wir ja was Schönes. Oh, sieht nicht so aus. Moment. Uah, nicht so schnell. Okay, da war nix. Alles klar. Gehen wir mal hier rein. Oh, noch eine Kiste. Geil. Noch eine rusige Rüstung. Naja. Das ist ziemlich schade. Ja. Ja. Yeah. What the fuck is that? Okay. Huh? Was ist das? Everywhere else we've seen so far. Yeah. And there's something super suspicious over there. That's... Come on, follow me. Is this new content? What is that? What is this? Just what I thought. A will seed. Okay, weißt du was das ist? Palaces are locations that grew distorted. from their original forms due to their rulers' cognitions. Aha. When such Distortions coalesce and deform. Okay. Verzerrungen? Willenshaben? Nö. Was machen wir damit? Wir nehmen ihn. Okay. Nothing shitty better. Ich versuch's. Okay. Sieht aus wie eine Kartoffel, ey. Roter Wollust-Samen. Okay. Was machen wir damit? There are more, as far as I can tell. Huh? Zwei gibt's noch? Okay. Oh, but... I am not a cat. Ja, er ist nämlich eine Katze. Er ist eine mieze Katze. Wir sollten los. Und nicht über deine Gender-Probleme diskutieren. Ich weiß, du bist weiblich. Siehst du, er sagt nämlich immer Katze. Nicht Kater. Okay. Aha. Okay, es gibt also noch zwei Stück davon. Was sind das für Dinge? Kann man die sich ansehen? Ich meine, sie tun SP regenerieren. Das habe ich jetzt verstanden, aber... Was haben die sonst für einen Vorteil? Naja, wir werden es herausfinden, glaube ich. Als erstes, äh, gehen wir mal nach unten. Oh, ein roter Gegner. Ich hau' ich aus dem Leben, Junge. Ach, Berit schon wieder. Okay, Berit ist anfällig gegen Bufu. Ich habe keinen Bufu gerade. Was habe ich eigentlich gemacht, die ganze Zeit, Alter? Ähm, mal ein Eispray benutzen. Ja, hau' ich ab ins Gesicht. Perfekt. Äh, dann machen wir ein bisschen Ausfall. Ein bisschen ausfallend. Jawohl. Das war's für dich. Kein Ding, Alter. Der gibt nämlich immer gute EXP. So. Uuuuh. Na, ich hab'n Dietrich. Wir haben zehn davon sogar. And what's in here? Schuldige Peitsche. Geil. Ja, klar. Perfekt. Peitsch mich aus, Anne. Tu es. Ich hab'n's. Ach, wir sind auf dem Dach. Moment, da ist doch der Schatz, oder? Ach, ich erinnere mich. Ach, fuck. Ja. Yotis? Ja. Ja. Der Schatz ist da drin, genau. Wo ist der Eingang? Oh, shit. Oh, das sind alles rote. Okay, lasst's gehen. Ah, es ärgert mich, dass ich keine Persona gerade hab, die Bufu kann ich, Vogel, Alter. Ähm. Ich würde gerne, bevor ich hier weitergehe, obwohl ich weiß gar nicht, was für Gegner hier kommen. Wir gucken es uns mal an, würde ich sagen. Ich habe etwas. Wir gucken es uns mal an. Nein, da möchte ich eigentlich noch nicht hin. Oh nein, da gibt es eine körperliche Schaue. Aber... Ich kann das Ganze auch umgehen, wie's aussieht. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte kämpfen. Zwar genau so. Und was kommt? Schon wieder Bärit. Ja, das ist natürlich lästig jetzt, was. Hahaha. Wäre ich doch nur zurückgegangen. Okay, ähm... Na, ich hab leider nix. Nichts mehr leider, was ihn vereisen könnte. Na gut, dann müssen wir es anders machen. Wir werden mal... ...schwerer Allmacht schaden. Kostet halt extrem viel, das ist mein Problem. Ah, fuck, Alter. Ähm... Ja, das macht auch guten Schaden. Ausfall. Physische Angriffe gehen natürlich immer. So, hier auf Joker. Und mit ihr werden wir... Wer ist denn als nächstes dran? Er. Agi hat glaub ich nicht wirklich viel Schaden gemacht. Mhh... Einschlafen kann ich ihm wahrscheinlich auch nicht. Weil... Er wird mich wahrscheinlich mit einem... Ja. Kraft-Team außer Gefecht setzen. Oh, oh, oh. Wir leben noch. Kreuze wie ins Gesicht. Damn. Kein Ding hier. Okay, der Typ hat mich gesehen jetzt. Kein Ding. Komm, mach mal einen Crit, Alter. Mann. Ah. Wow. Wir leben noch. Was ist denn da los? Mach's auch mal Dia auf dich. Und noch mal Kreuze wie ins Gesicht. Ciao. Perfekt. 120 EXP. Das ist nice. Okay. So, zack. Äh, verstecken. Hupp. Oh mein Gott. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Jetzt komm her, Alter. Jawoll. Hold up. Hold up. Perfekt. Uh, Level 11. Geil. 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 Okay. So. Ach, nein. Haben wir hier was Schönes? Stimmt, im Original musste man sich hier, äh, durchschleichen, indem man hier oben rumkraxelt. Aber wir können uns jetzt hoch schwingeln. Hoch schallawingen. Das möchte ich nicht. Ich hätte nämlich gern das hier. So, dann gibt es, glaube ich, da hinten auch noch was. Ja. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, was, weil ich wieder zu hektisch rumgedrückt habe. Das ist ja kein Ding. Ähm. Mal kurz gucken, ob es da oben auch was gibt. Wo kann ich mich da hin teleportieren? Oder hin? Enterhaken. Da oben. Da oben. Okay. Nee, ich glaube, sonst gibt es hier tatsächlich nichts. Ja, nice, Alter. Ja, nice, Alter. Hm, hm. Ich habe etwas. Nice. Bäm, 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 bäm. Das bist du aber ein neuer Ort, oder? Ich, 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 ich kann mich wirklich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, aber... Das... Wo bin ich denn, Alter? Ah, okay. Es könnte sein, dass das hier ein neues Gebiet ist. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ah, was gibt es hier? Dün, dün, dün. Dün, 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 dün. Vielleicht Schätziken. Aha. Treasure chest. Treasure chest. Fluch Magatama. Nice. Ähm, jetzt gehen wir mal nach da oben. Hier hat nämlich auch was gefunkelt. Oder auch nicht. Oh. Nice. Okay, finde ich gut, dass sie solche Neuerungen reingebaut haben. Finde ich echt gut. Das macht das Ganze ein bisschen, äh, ja, neuer, sage ich jetzt mal. Nicht viel, aber ein bisschen. Nochmal so eine Riesenkartoffel. Ein grüner Wollus-Samen. Okay. Yes, das ist die zweite Wollus-Samen. Nice. Ich kann es sehen. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin. wird stärker, klar. Ist klar. Ich wollte eigentlich noch mal da zurück, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte nämlich das hier haben. Danke, Shay. Sonst sowas? Ähm. Die Frage ist... Ich würde gerne noch mal da nach oben gehen. Ich denke, dass es da draußen noch was gibt. Ich glaube, das hier wäre der reguläre Weg, glaube ich, oder? So wären wir zumindest auf der anderen Seite. Ah, ich verstehe. Okay. Gut, ist ja kein Ding hier. Können wir wieder aus dem Leben prügeln. Bam! Ach, was schön. Die sind ja mit unseren physischen Angriffen kein Ding hier. Nochmal ein Crit. Und weg mit dir. Außerdem geben diese Viecher... ...brutal viele EXP, Alter. Okay, das könnte wieder ein Double-Kampf werden. Nice. Können auch beide gleich auf einmal kommen, wenn es sein muss. Ich kann dich... Ich kann dich... Ich kann dich mit... So, dann machen wir dir. Kann ich ihn einschläfern? Ha! Das halte ihn zwar für einen kurzen Zeitraum, aber das macht nix. So, Sionga. Nice. Wo ist der andere hin? Okay. So, jetzt können wir uns nach oben begeben, glaube ich. Oh, yeah. Allerdings erst im nächsten Part. Bam, 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 bam. Oh, stylish, Alter. Richtig stylish. Trotzdem frage ich mich, wie die anderen eigentlich da hochkommen. Ich meine, sie haben keinen Enterhaken. Zumindest nicht, dass ich einen sehen würde. So, ab dem nächsten Part werden wir uns dann in diesem Räumchen hier umsehen und gucken, was, ja, hier gespielt wird. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Outro